Die Stadt Nr. 9 Der Francisco Albert kommt ganz nach oben aufs Wechseln und die Siegerierung vorgenommen von der Lena Null und von Christoph Halt, von den Vertretern der Sparkasse Südpfalz, traut sich die Lena Null nicht mal vorne. Die Stadt Nr. 10 mit Herrn Schläfer, Lindus Sturm mit der 13 und Felix Erhardt mit der Nr. 4. Und ihr auch, ab geht's. Der große Preis der Bauernmänner ist gestartet. Und wieder 18 und 19 setzen sich gleich zwei an die Spitze. Die Maschinen hat... Achtung, Fahrer. Wertungsrunde, Wertungsrunde, Wertungsrunde. Achtung, Fahrer. Amen! Applaus 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 Die 18, die Maschinen, Andi Meier! Ja, liebe Gäste, es stimmt tatsächlich, der Andi Meier feiert heute den 100. Sieg bei einem Kriterium. In Rundsheim ist es, glaube ich, der 85. Andi, du musst dringend aufs Träppchen! Lukas, wie fühlt sich's denn nach dem 100. Freund? Ich bin ganz schön am Arsch, aber hat Spaß gemacht. Na ja, komm, du bist doch die Maschine, das musst du aushalten, der Dominator. Klasse, und dann sehen wir dich nächstes Jahr wieder, oder? Ja natürlich, noch ein paar Jahre hoffentlich. Naja, junger Kerl, 28.